BF9 Meines Potenzial in BF9 ist extrem groß. BF9 ist generell gesehen, das Land mit der höchsten Konzentration als Big Wolse auf einem bestimmten Raum. Wir haben immer der Plan, ein großes Projekt zu klettern, eine große Big Wolse, möglichst frei. Natürlich haben wir immer vorgestellt, wie ungefähr das Wetter sein wird. Mir wurde erzählt, okay, in BF9, wenn es mehr schön wird, dann ist eine längere Periode schön. Der Zeitpunkt ändert constantemente und du brauchst ein wenig Glück, um dich zu finden, was die Rute ist. Sehr gut. Ich denke, es ist lang. Die Isolation von der Außenwelt, wir sind wirklich isoliert. Und das natürlich bewirkt eine spezielle Situation, die natürlich nicht so einfach zu meistern ist. Aber es ist eine gute Stadt, die sich auf dem Weg verfolgt. Die 30 Tage sind duros. Du kannst dich nicht deprimieren. Du musst dich motiviert und bereit sein. Und wenn der Tag auf dem Weg kommt, musst du bereit sein. Es ist sehr spannend, weil du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, wie die Wand aussieht, man kommt im Fernglas an, oder du weißt nicht, über die Wand, über die Wand, Höhe. Wenn du mir nach oben bist, dann hast du 400, 800, 1000 oder 2200 m. Wir wissen nicht. Es ist sehr spannend, weil es nicht, das große Herausforderungen ist. Wenn wir mit Eir "-Güß zum Eirnen", ist es ganz wichtig. Wir haben nicht das." Provieren hier, hier in Libre ist das gleiche. Es ist nicht das, wie bei mir die Eirne zu gewinnen. Wir haben einen großen Schulz, die Menschen geflogen und haben dann die Ölgeben. Die Sch척 können hier psychisch nachvollziehen. Die Hulk sind die Schöne, die sich um die Fähne an diesen Teohlen und unseren shineen an. für die nächsten, für die nächsten und für die nächsten. Ich glaube, es wird von Bafing in der Munde der Escalada sein, in den nächsten 400er Jahren.